Ich glaube, die meisten Menschen schenken keine Aufmerksamkeit. Sie glauben, Schönheit bedeutet, es müsse ein Sonnenaufgang, höchstens ein Sonnenuntergang sein. Die Art und Weise, wie ein Mensch geht, ist wunderschön. Geometrisch sind die Dinge an ihrem Platz. Der Kosmos selbst ist die Perfektion der Geometrie. Wenn ich einen Mann oder eine Frau anschaue, sehe ich als erstes ihre Geometrie von Kopf bis Fuß. Ich dachte, ich beginne einfach mit einer sehr grundlegenden Frage, einer einfachen Frage. Es ist eine Frage, die mir oft bei Dichterlesungen, bei Dichterworkshops gestellt wird. Poesie ist in erster Linie das, was ich praktiziere. Und die Frage ist, was ist ein gutes Gedicht? Und die Antwort lautet tatsächlich, wenn das Gedicht eine Form von verbalem Design oder verbaler Choreografie ist, was ist dann Design? Und ist Schönheit in diesem Begriff implizit enthalten? Wenn ja, was ist Schönheit? Ob es eine Maschine ist, oder eine Ameise, oder eine Heuschrecke, oder ein Mensch, oder Kleidung, was auch immer, oder ein Gebäude. Wenn es passt und mit der geringsten Menge an Reibung fließt, wenn jemand die Augen hat, es zu beobachten, erscheint es immer sehr schön. Ich weiß nicht, wie viele Leute das bemerken. Seit meiner Kindheit verbrachte ich viel Zeit damit, alle Arten von Insekten zu beobachten. Und ich fand, dass Insekten die am fabelhaftesten gestalteten Lebewesen auf dem Planeten sind. Und jede Art, wenn man sie sich ansieht, in Bezug auf Farbe, in Bezug auf Geometrie, in Bezug auf die Vielfalt der Aktivitäten, die sie ausführen können, sie sind so fabelhaft gestaltet. Wenn ich also sage, dass du schön bist, dann denke nicht, dass ich sage, dass du ein Insekt bist. Das habe ich nicht gemeint. Ich will damit sagen, unterschiedliche Lebewesen, wir haben zwei Beine, jemand anderes hat vier Beine, jemand anderes hat sechs, acht, zwölf, oder wie viele auch immer. Aber das Schöne an der Natur und der Evolution ist, dass das Design perfektioniert worden ist. Ich glaube, die meisten Menschen schenken keine Aufmerksamkeit. Sie glauben, Schönheit bedeutet, es müsse ein Sonnenaufgang, höchstens ein Sonnenuntergang sein. Kleine Dinge sind sehr schön gemacht, weil sie mit wenig Reibung zu funktionieren gelernt haben. Wenn man sich die Aktivität anschaut, wenn man die Aktivität, sagen wir, eines Insekts misst, Wie viel Aktivität ein Insekt für wie viele Kalorien es verbraucht, leistet? Offensichtlich ist es geometrisch perfekt, geringste Reibung. Alles, was gut gemacht ist, begeisterte mich schon immer, egal ob es sich um eine Maschine, ein Gebäude, ein Insekt, ein Tier oder ein menschliches Wesen handelt. Wenn man davon spricht, dass Menschen schön sind, wenn man jemanden ansieht, wenn er fröhlich ist, ist jeder schön. Unabhängig von der Form der Nase oder des Kindes. Wenn man sie in einem fröhlichen Zustand sieht, sind sie immer schön. Mit der besten, was auch immer als die beste Form der Nase oder des Kindes angesehen wird. Wenn sie in einem schlechten Geisteszustand sind, sehen sie nicht mehr schön aus. Wenn du also in einem überglücklichen Zustand des Lebens bist, wirst du schön aussehen, im Gesicht, meine ich. Um den Körper schön zu halten, braucht es ein wenig Arbeit. Viele Leute versuchen, die Form des Planeten anzunehmen. Nein, ich meine das nicht beleidigend. Ich meine, wenn man sich die Welt anschaut, vor allem, wenn ich außerhalb des Landes reise und auch in Indien, nicht so sehr im ländlichen Indien, wenn man ins städtische Indien geht. Als ich in der Schule aufwuchs, gab es nur zwei dicke Kinder. Nur zwei. Und wir dachten immer, weißt du, sie fielen auf, weil wir alle dörr waren, weil es so viel Aktivität und so viele Dinge zu tun gab. Aber wenn man heute Kinder aus dem Schulbus aussteigen sieht, sind fast 40 bis 50 Prozent so. Vielleicht ist es Teil der Evolution, dass sie versuchen, so zu werden wie der Planet. Ist ein runder Mensch also nicht schön? Siehst du, das ist die Art und Weise, wie du es betrachtest, wenn du es betrachtest. Man kann alles als schön ansehen. Wenn man sich in einem bestimmten Zustand befindet, sieht alles schön aus. Das ist etwas anderes. Aber ich denke, wir sprechen über physische, mechanische Schönheit. Das bedeutet vor allem, dass es geometrisch gesehen eine gewisse Perfektion gibt, bei der die Dinge mit der geringsten Reibung funktionieren. Plötzlich ist die Art und Weise, wie ein Mensch geht, schön, weil er nicht mehr schwerfällig ist. Das gilt für einen Menschen oder ein Tier oder eine Maschine oder alles, dass sich Dinge geometrisch in Ordnung gebracht haben. Tatsächlich ist das gesamte Universum nur aufgrund geometrischer Perfektion entstanden. Nun, die Kuppel steht aufgrund ihrer geometrischen Perfektion, nicht aufgrund der Stärke des Materials. Bei allen Gebäuden, die wir hier entwarfen, achteten wir immer darauf, dass sie geometrisch perfekt sind, sodass wir nur sehr wenig Material verwenden. Denn unser Problem ist immer das Budget. Die Leute sagen, ein so großes Gebäude mit solchen Trägern wird zusammenbrechen. Das wird es nicht, weil es geometrisch durchdacht ist. Der Evolutionsprozess hat sich also immer mit der Geometrie beschäftigt. Der Kosmos selbst ist Perfektion der Geometrie. Der Grund, warum der Planet an seiner Bahn festhält, ist, dass er eine Art geometrische Perfektion erreicht hat. Wenn er etwas abfällt, kann er nicht wieder zurückkommen. Das gilt nicht nur für diesen Planeten, sondern für das gesamte Universum. Also, in meinem Kopf ist es immer so gewesen, wenn ich einen Baum anschaue, wenn ich eine Wolke anschaue, wenn ich einen Mann oder eine Frau oder irgendetwas anschaue, für mich ist es immer die Geometrie der Dinge. Zunächst einmal sehe ich ihre Geometrie von Kopf bis Fuß, danach all die anderen Dinge. Denn geometrisch sollte es richtig sein, nur dann bleibt es auch. Andernfalls wird das Leben selbst reduziert. Das Leben eines Gebäudes oder eines Tieres oder einer Kreatur oder irgendetwas, jede Form der Existenz. Wenn sie nicht eine Art geometrische Harmonie findet, wird sie vor ihrer Zeit gehen. Das gesamte yogische System ist darauf ausgerichtet, den Körper auf die kosmische Geometrie auszurichten, sodass, wenn du sitzt, wenn du hier zwei Tage lang sitzt, ist es immer noch kein Problem, weil du die Geometrie des Körpers verstanden hast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017